Hallo Leute, in unserem heutigen Video werdet ihr einige der besten 4K-Fanseher auf dem Markt kennenlernen. Wir haben sie nach ihrer Qualität, Kapazität, Preis und Benutzerzufriedenheit zusammengestellt. Weitere Informationen findet ihr in der Beschreibungsbox unten. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren oder auf das Glockensymbol unten zu klicken, um immer als erstes über unsere Videos informiert zu sein. Auf Platz 3 haben wir den Samsung ULED 4K Q60A. Der Samsung ULED 4K Q60A Fernseher, speziell das 55 Zoll Modell mit der Produktkennung GQ 55 Q60A AXG, ist ein hochmoderner Fernseher, der modernste Technologie und atemberaubende Bilder kombiniert, um ein außergewöhnliches Erlebnis zu bieten. Im Jahr 2021 veröffentlicht, repräsentiert er die Spitze von Samsungs QLED 3 und bietet eine Vielzahl von Funktionen, die euer Heimkino auf ein neues Niveau heben werden. Im Herzen dieses Fernsehers befindet sich der Quantum Processor Light 4K, eine leistungsstarke Verarbeitungseinheit, die die Bildqualität und Leistung optimiert. Dieser Prozessor stellt sicher, dass alle Inhalte auf 4K-Auflösung hochskaliert werden, auch wenn sie ursprünglich in einer niedrigeren Auflösung aufgenommen wurden. Das Ergebnis sind schärfere und detailreichere Bilder, die alles, was ihr auf diesem Fernseher seht, besser aussehen lassen als je zuvor. Der Fernseher ist auch mit verschiedenen Smart-Funktionen ausgestattet, darunter das Thyssen-Betriebssystem von Samsung. Dies ermöglicht den Zugriff auf beliebte Streaming-Dienste, das Surfen im Internet und die Verwendung einer Vielzahl von Apps mit Leichtigkeit. Darüber hinaus ist der Fernseher mit Sprachassistenten wie Bixby und Alexa kompatibel, was die Steuerung des Fernsehers und anderer Smart-Geräte per Sprachbefehl erleichtert. In Bezug auf das Design ist der Q60A sowohl schlank als auch stilvoll und verfügt über ein schlankes Profil und minimale Rahmen, die ihn zu einer attraktiven Ergänzung für jeden Raum machen. Das minimalistische Design stellt sicher, dass eure Aufmerksamkeit auf das atemberaubende Display gerichtet bleibt, ohne Ablenkungen. Auf Platz 2 haben wir den Samsung QLED 4K Q70 ATV. Der Samsung QLED 4K Q70 ATV, mit dem 55 Zoll Modell und der Produkt Canon GQ 55 Q70 AAXZG, ist ein bemerkenswerter Fernseher, der die neueste Display-Technologie mit einer Vielzahl von hochmodernen Funktionen kombiniert und somit eine herausragende Wahl für diejenigen darstellt, die ein immersives und qualitativ hochwertiges Seerlebnis suchen. Im Jahr 2021 veröffentlicht, ist dieser Fernseher ein Beweis für Samsungs Engagement für außergewöhnliche visuelle Leistung. Dieser Fernseher wird von dem Quantum Processor 4K angetrieben, einer robusten Verarbeitungseinheit, die die Qualität eurer Inhalte verbessert. Sie verwendet fortschrittliche Algorithmen, um alle Inhalte auf 4K-Auflösung hoch zu skalieren, so dass ihr gestochen scharfe und detailreiche Bilder unabhängig von der Quelle genießen könnt. Dies führt zu einem Seerlebnis, das klar, deutlich und voller feiner Details ist. Eine der herausragenden Funktionen des Q70 ATV ist seine Motion Accelerator Turbo Plus Technologie. Diese Innovation verbessert die Bewegungsdarstellung und stellt sicher, dass schnelllebige Action-Sequenzen reibungslos und ohne Bewegungsunschiffe angezeigt werden. Egal, ob ihr ein spannendes Sportereignis seht oder ein schnelllebiges Videospiel spielt, diese Funktion sorgt dafür, dass euch kein Moment der Action entgeht. Der Samsung QLED 4K Q70 ATV 55 Zoll, GQ 55 Q70 AAXZG, ist nicht nur technologisch fortschrittlich, sondern verfügt auch über ein elegantes und modernes Design. Mit seinen schmalen Rahmen und seinem schlanken Profil fügt er sich nahtlos in euren Wohnraum ein und lenkt eure Aufmerksamkeit auf das atemberaubende Display. Auf Platz einhaben wir den Toshiba 50 Zoll Fernseher. Eindringliche Vuals, mit seiner 4K Ultra HD Auflösung stellt dieser Fernseher sicher, dass jede Einzelheit eurer Inhalte mit bemerkenswerter Klarheit und Schärfe angezeigt wird. Die Einbindung der HD Adobe Vision Technologie hebt euer Seherlebnis auf die nächste Stufe, indem sie eine breitere Palette von Farben und einen verbesserten Kontrast bietet, was eure Lieblingsfilme, TV-Sendungen und Spiele mit atemberaubendem Realismus zum Leben erweckt. Integration von Smart TV Die eingebaute Amazon Fire TV Plattform verwandelt diesen Toshiba-Fenseer in eine Smart Hub für all eure Streaming- und Unterhaltungsbedürfnisse. Ihr könnt auf eine umfangreiche Bibliothek von Apps zugreifen, einschließlich beliebter Streaming-Dienste wie Netflix, Amazon Prime Video, Hulu und mehr. Mit der Fire TV Benutzeroberfläche könnt ihr bequem durch eure Lieblingsinhalte navigieren und Neusshows und Filme dank der Alexa-Integration per Sprachsteuerung entdecken. Ein gebautes Alexa, Alexa, der virtuelle Assistent von Amazonen, ist direkt in den Fernseher integriert. Das bedeutet, dass ihr euren Fernseher und andere mit Alexa-kompatible Smart Home-Geräte mit Sprachbefehlen steuern könnt. Einstellungen anpassen, nach Inhalten suchen, Wetter-Updates erhalten oder eure smarten Lichter steuern, alles ohne die Fernbedienung in die Hand nehmen zu müssen. Bluetooth-Konnektivität Die Integration von Bluetooth-Technologie ermöglicht es euch, kabellose Kopfhörer, Lautsprecher oder andere kompatible Geräte anzuschließen, um euer Audio-Erlebnis ohne zusätzliche Kabel zu verbessern. Die Integration von Bluetooth-Technologie